Aufwärts Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen. Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Dieser Podcast vom Landeskielerforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben könnte. Das ist Staffel 3, Umbau, Episode 5, Umbau der Leitung. In den letzten Episoden ging es um Vision und heute geht es um die Frage, wer die Kirchgemeinde eigentlich leiten soll und wie die Gemeindeleitung aussieht. Ja, das ist eine gute Frage. Also in Deutschland, sagen mir manchmal meine Kolleginnen und Kollegen, die von dort kommen, dort ist es völlig selbstverständlich, dass der Pfarrer die Gemeindeleitung leitet, also die Kirchenpflege oder Kirchenstand, wie auch immer das Gremium heisst. Bei uns ist es völlig klar, dass die Pfarrerin den Kirchenstand nicht leitet. Das ist ein interessanter Unterschied. Und dann ist es ja auch, egal wie man das jetzt versteht, ist es ja immer noch nicht gesagt, ob der Pfarrer wirklich die Gemeinde leitet oder den Kirchenstand. Ich meine, ich kenne auch die Kirchenstände, wo ich den Eindruck habe, die leitet die Gemeinde gar nicht, sondern die werden eigentlich von einer Gruppe von Leuten von sich antrieben. Also die Frage der Leitung, das ist eine Frage, die man klären muss. Ja, und es hat ja auch überhaupt viel damit zu tun, wie man den Leuten begegnet, die Teil sind von dieser Gemeinde. Also wenn man jetzt im Gespräch von Thomas Bucher, wo er erzählt hat, von diesen Gartengesprächen, die sie an mich haben, wo sie Leute, die sich bei ihnen engagieren wollen, sie treffen sich mit ihnen, reden mit ihnen und schauen, wo können die Leute Verantwortung übernehmen im Gemeindesleben. Und so können nicht einfach Helfer, die umsetzen, was sie als Leitungspersonen möchten machen, sondern übergeben schon eigentlich einfach im ersten Kontakt mit Menschen eine Verantwortung. Ja. Oder auch der Thomas Gucka, der erzählt hat, dass seine Aufgabe ja nicht vorne zu stehen ist, sondern er setzt sich darin, andere dazu zu bringen, selber vorne zu stehen und sie darin begleiten und coachen. Ja, das sind zwei gute Beispiele, dass es ein Thema ist, das mit dem Leiten, mit dem Führen aus der Staffel 2. Ich habe auch noch zwei Beispiele anzubringen, nämlich der Ralf Kuhnz in der ersten Episode der letzten Staffel, der gesagt hat, das allgemeine Priestertum ist wichtig und dass das allgemeine Priestertum wirklich andere Menschen ermächtigt, braucht es nicht ein schwaches Pfarramt, sondern ein starkes Pfarramt, das aber eben nicht für sich und in sich stark sein will, sondern andere stark unterstützen will. Oder auch Sabrina Müller, das war eine ganz lustige Szene, die sie erzählt hat. Zuerst hat sie gesagt, es ist ein neues Rollenverständnis vom Pfarramt gefordert. Die Aufgabe ist es mehr, mehräutig zu betreiben, also quasi Geburtshelferin, Geburtshelfer zu sein, für das, dass das allgemeine Priestertum sich entwickeln kann. Und dann hat sie ja erzählt in dieser lustigen Episode, die Szene, wo ein paar portionierte Männer dann nach einem Referat von ihren rumgestanden sind und gesagt haben, ja aber sie, Frau Müller, wenn das so ist, dann wird das schon ein bisschen ungemütlich für uns. Ja, ich finde spannend bei dieser Frage, dass es ja ein bisschen wie ein Widerspruch klingt. Also irgendwie, man möchte weniger, dass eigentlich die Pfarrperson die ist, die alles in der Hand hat und macht, also die in diesem Sinne vor der Gemeinde steht die ganze Zeit. Aber gerade darum muss man als Pfarrperson irgendwie mehr leiten und eben mehr Menschen darin anleiten, wie sie die Verantwortung übernehmen können und eben eigentlich nicht zurückstehen. Ich finde das auch immer spannend, gerade in Bezug auf das Thema Vision, wo wir ja letztes Mal darüber geredet haben, dass ich das Gefühl habe, manchmal wird es ein bisschen als Widerspruch gesehen, dass man auf der einen Seite hat, man will partizipativ arbeiten und Leute mit einbeziehen. Genau. Und dann steht man demgegenüber so der Punkt von, ja, visionär führen sollte man darum nicht, weil das widerspricht dem Partizipativen. Ja. Man muss ein möglichst weisses Plattenleut vor den Füssen legen, dass sie selber ihre Ideen darauf zeichnen können. Aber in meiner Erfahrung ist es eben genau umgekehrt. Also wenn man den Leuten zeigen kann, wo man ein Bedürfnis sieht und wie man den Bedürfnissen begegnen will, dann können sich Leute einklinken und mitgestalten. Ja. Das ist absolut auch meine Erfahrung. Ich kenne auch von anderen Kirchgemeinden die Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihre Rolle definieren, um zu sagen, ich mache die Kasualien und den Dienstleistungsbetrieb einfach gut, und nebendran lasse ich einfach die Leute machen, damit sie sich entwickeln können. Und ich habe noch nie eigentlich so eine Kirchgemeinde erlebt, wo dann irgendwie etwas Innovatives, oder wo ich jetzt wahnsinnig beeindruckt war, wäre ich. Ich glaube eher, dass die Vision und dass andere Menschen mitkommen und etwas machen, dass es genau so zusammenhängt, wie du es vorhin definiert hast. Mhm. Wir wollen ja jetzt in dieser Episode ein bisschen darüber reden, was so Leader auszeichnet, und wer so Leadership eigentlich sollte ausführen. Und vielleicht noch als kurze Vorbemerkung, wenn wir vom Wort Leader reden, dann meinen wir Frauen und Männer natürlich. Auch wenn der Begriff auf Deutsch einen männlichen Artikel hat, sind Frauen natürlich mit gemeint. Ja, und ich denke, man müsste wahrscheinlich auch noch sagen, warum wir das englische Wort brauchen, Leader. Das ist relativ einfach. Das Wort Leiter ist nicht wirklich das, was das Wort Leader beinhaltet. Wenn schon würde man das Wort Führer brauchen, aber aus neuliegenden Gründen ist dieser Ausdruck verbrennt. Und wie gesagt, Leiter ist mehr so, also würde ich definieren, der Manager von etwas, das etwas wirklich gut umsetzt, aber das nicht unbedingt sagt, was soll herangehen. Und darum bleibt einem fast nichts anderes übrig, als dann eben den Ausdruck Leader zu brauchen. Ja. Und ich merke bei mir, wenn ich so das Wort Leader höre, dann habe ich gerade so Bilder im Kopf von irgendwie, keine Ahnung, Braveheart-Filmen. Ja, genau. Vielleicht auch einen Elon Musk oder gerade im kirchlichen Kontext so amerikanische Mega-Church-Lieder. Oder irgendwie in Singapur bin ich in einer Kirche gewesen, wo Joseph Prince leitet, so eine riesen Church, wo einfach wirklich, bis auf den letzten Bleistift ist, überall seinen Kopf drauf. Boah, da schüttelt es mich gerade. Genau. Wo du eigentlich denkst, also nein, das will ich nicht. Und darum fände ich es irgendwie noch wichtig, wenn wir zuerst überreden, was meinen wir denn eigentlich mit Leader? Ja. Da hast du völlig recht. Also, von was reden wir denn, Anna? Also, für mich ist ein Offenbarungsmoment im ganzen Thema Leadership gewesen, wo ich ein Buch gelesen habe, das heisst Crucial Conversations von Carrie Patterson und noch ein paar anderen. Die haben eine Untersuchung gemacht, wo sie ganz viele Leute gefragt haben, welche Person aus deinem Team oder aus deinem Arbeitsbereich wirst du als guten Leader bezeichnen? Und dann sind einzelne von diesen Leuten nachgegangen, haben die begleitet durch ihren Alltag und haben versucht herauszufinden, was ist eine Eigenschaft, die diese Person jetzt als Leader definiert. Und das Resultat vom Ganzen war, die Leader sind eigentlich immer die, die wichtige Sachen angesprochen haben, die sonst niemand ansprechen wollte. Also, die Themen und Konflikte, die irgendwie unter dem Tisch waren, auf den Tisch geholt haben. Besonders auch gerade so etwas emotionsgeladene Themen oder dort, wo die Fronten verhärtet sind und gesagt haben, hey Leute, wir müssen über das reden und wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und das Bild von Leadership hat mir geholfen, um auf eine andere Art über das Thema nachzudenken, weil ich gemerkt habe, es geht nicht immer darum, dass jetzt Leute sind, die die krassesten Ideen haben oder die mega voran gehen, sondern es geht auch einfach darum, ein Gespür dafür zu haben, wo muss jetzt etwas passieren und wo müssen jetzt wichtige Gespräche geführt werden. Das hat ja dann aber trotzdem auch etwas mit einer Vision zu tun, die man hat. Das haben wir es ja auch schon gehabt. Visionen sind wichtig und dass man dort, also die Richtung wird ja angeben vor der Vision, nicht vor dem, wie man Konflikte löst in der Gruppe. Wolltest du da noch etwas dazu sagen? Ja, mega. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es sind ja dann häufig auch die Punkte, wo man merkt, da entscheidet es sich jetzt, in welche Richtung gehen wir weiter und darum entstehen da Konflikte vielleicht, weil die eine in die Richtung und die andere in die andere Richtung entgegen. Und dass man dann sagt, da müssen wir jetzt, muss jetzt auch jemand Verantwortung übernehmen und sagen, wir nehmen jetzt den Weg, aber wir schauen, dass wir möglichst alle mitnehmen können oder so zum Beispiel. Ja. Und meine Erfahrung zu diesem Thema ist schon, dass man in einer Gruppe, das ist das, was du vorher gesagt hast, aber auch sonst, die Leiter dann entdeckt, wenn es eine Krise gibt. Also man entdeckt sie oft erst in der Krise, weil in der Krise sind, dass die Leute sagen, okay, woher wollen wir jetzt, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Und es sind auch die, die dann in der Krise nicht nur irgendwie grosse Sprüche machen, sondern dann auch zum Beispiel die Teame durch eine Krise durchführen, die aber dann sehen, in diese Richtung muss es gehen. Aus meiner Sicht unterscheiden sich auch Leiter von Träumen, durch das, dass sie die Ideen, die sie haben, eben durchziehen. Es gibt viele Träumer, die wissen, wie die Welt, du musst ja nur an irgendeinen Stammtisch gehen, es gibt viele Leute, die wissen, wie die Welt besser würde, aber die Leiter sind dann die, die eben das Durchhaltenvermögen haben, um es durchzuziehen. Träumer haben schöne Worte und die Leiter machen es dann auch. Ja, ich finde noch einen anderen Aspekt bei dem noch spannend, was ich so ein bisschen aus dem Konzept Servant Leadership kenne, vom Robert Greenleaf, der sagt, es gibt eigentlich zwei Typen von Menschen, die einen sind in ihrem innersten Servant, also so dienende Menschen und die anderen sind in ihrem innersten Leader-Typen und er sagt eigentlich, die besten Leader sind die, die von ihrem Herz her eigentlich dienende Leute sind. Also eigentlich nicht die, die von sich aus unbedingt sofort führerstehen und etwas anreissen und eben das Gefühl haben, sie wissen, wie die Welt muss gerettet werden, sondern die, die einfach möchten, Menschen helfen und sich in den Dienst von zum Beispiel einer Gruppe stellen und dann eben nicht sich führerstehen, sondern eigentlich das Wohl von dieser Gruppe und darum dann eigentlich in diese Leader-Position gehören. Und gleichzeitig müssen ja die Leute, die es dienen, ihnen leicht fällt, auch ihre Leadership-Fähigkeit entwickeln und zuerst einmal entdecken. Mega. Also für mich selber ist das ein langer Prozess gewesen, auch als Pfarrer. Ich hatte nie ein Problem, anderen zu dienen oder so etwas. Ich bin ein Zweitgeborener, wo es automatisch geübt ist, jemand anderem nachzulaufen oder so etwas. Und ich habe dann schon müssen lernen, dass es meine Aufgabe ist, meine eigene Rolle neu zu definieren. Dass ich, natürlich, mein Titel ist Pfarrer, aber Pfarrer heisst noch nicht sehr viel, sondern ich habe erst mit einem Jahr gelernt, meine Rolle zu definieren als Leader. Ich bin dazu da, um meine Kirchgemeinde voranzubringen. Das ist die Hauptaufgabe von einem Leader. Etwas voranbringen, unseren Jugendbereich voranbringen, die Kirchgemeinde voranbringen. Das ist meine Aufgabe. Und darum, glaube ich auch, ist es eine ganz wichtige Aufgabe für uns als Pfarrerinnen, Pfarrer, aber auch für Gemeindeleitungen, dass wir das in den Leuten, aus den Leuten herausholen, dass wir sie entwickeln. Viele Leute müssen das zuerst entdecken und das muss man sie machen lassen. Also gerade in der Jugendarbeit, da sehst du ja manchmal relativ bald, oh, die Person hat da plötzlich zack gesagt und hat den Konflikt gelöst und hey, die hat aber da Fähigkeiten. Und dann musst du auch mal mit denen reden und sagen, du, ist dir aufgefallen, was du dort gemacht hast? Das ist ja eigentlich so richtig, das hast du ja richtig gut gemacht. Und dass man dann die Leute aufbaut. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe von uns als Kirchgemeinde, Leadership, schon wieder das englische Wort Leadership aufzubauen, also Leader aufzubauen, ihnen Aufgaben zu geben und das aktiv zu fördern, nicht nur zu lassen, sondern aktiv zu fördern. Weil, wenn wir das nicht machen, dann habe ich auch den Eindruck, dass man Menschen verliert. Also ich habe irgendwann einmal den Satz gehört, Leaders gonna lead, das heisst, Leute, die einfach aus natürlicher Fähigkeit andere anführen, wenn wir sie nicht führen lassen und ihnen die Aufgabe geben, dann machen sie das unter Umständen nicht mehr anders. Also die Aufgabe wäre, sie wirklich führen lassen, damit sie ihre Fähigkeit ausüben können. Und ich glaube ja, dass die Fähigkeit zum Gruppen anführen, dass das einfach auch etwas ist, was von Gott herkommt. Vielleicht müsste man jetzt an dieser Stelle nochmal darüber reden, was es denn genau bedeutet, zu führen. Weil, du hast das vorher gesagt, so die grossen Leute, Elon Musk oder andere Leute, die einfach grosse Sprüche machen und dann irgendwie grosse Reden halten und dann ziehen alle in den Krieg und so weiter. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt das, was Leadership ausmacht. Ich liebe einen Satz von John Maxwell, der eine einfache Definition brachte, Leadership is influence, nothing more, nothing less. Also Leadership ist einfach Einfluss, nicht mehr und nicht weniger. Also es kommt nicht davon, was du für einen Titel hast, sondern es kommt davon, ob du andere Menschen beeinflussen kannst. Und um das geht es, dass ein Leader andere beeinflusst, dass sie seiner Vision oder der Vision von der Kirchgemeinde oder der Jugendarbeit oder was auch immer, sie folgen. Also ein Leader, der ihnen niemand folgt, also folgen jetzt nicht in einem religiösen Sinn, sondern Menschen für Anliegen gewinnen. Leute, die das nicht gelingt, Menschen hinter sich zu scharen oder zu sich zu scharen, das sind einfach keine Leader. Ich finde von daher diesen Ausdruck sehr gut. Er hat auch mal ein Buch geschrieben, John Maxwell, The Five Levels of Leadership, das ich ein sehr gutes Buch finde, das sehr gut unterscheidet zwischen positionellem Führen, weil du einfach einen Titel hast und dann, dass du Menschen beeinflussen und mit dem, dass du auch mit einem Team nachher kommst. Da habe ich sehr viel von Maxwell gelehrt. Und ich glaube, das ist ja dann eben auch die Schwierigkeit, wenn es um die Frage kommt, wer führt denn eigentlich in die Kirche Gemeinde. Strukturen hat, die Kompetenzen und so, wo dann klar ist, wer eigentlich leitet. Aber das sind ja nicht unbedingt die Leute, die auch die grösste Leadership-Kompetenz haben und es schaffen, die Leute begeistern und die Leute hinter sich zu scharen, sondern die sind dann manchmal ein ganz anderer Punkt oder hätten eigentlich von der Funktion her gar nicht so viel führen oder haben weniger Spielraum zur Verfügung oder so. Und ich glaube, das kann mega viel zu Konflikten führen oder ist einfach etwas, wo man sich bewusst sein muss, welches sind eigentlich die Schlüsselfiguren in unserer Kirche Gemeinde. Und auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wo sind so Leader-Figuren auch am besten aufgehoben innerhalb unserer Strukturen? Weil ich glaube nicht, dass die unbedingt in ein Kirchenpflege gehören, weil die Kirchenpflege vielleicht nicht immer das ist, wo visionäre Leute wirklich das einbringen können, was ihnen wichtig ist. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Eigentlich ist ja die Kirchenpflege, wie auch immer das Gremium heisst, die Organisation und der Organismus, der die Gemeinde leitet, auch geistlich leitet. Und dort sagst du, sollten die visionären Leute nicht drin sein? Also das ist einfach für mich eine offene Frage, weil ich einfach jetzt ein paar Mal Kirchenpflege begegnet bin, die in ihren Sitzungen vor allem viel administrative Sachen machen, viel besprechen, die um Gebäude, Liegenschaften, um irgendwelche Fragen thematisiert werden. Und eben gerade so strategische Visionäre, wo ja eigentlich Kirchenpflegs Aufgabe wäre, sehr wenig Platz hat. Und ich dann immer wieder sehr frustrierte Leute antwortete, die sagten, eigentlich bin ich in das Gremium reinkommen, weil ich gehoffte, ich kann da jetzt etwas bewegen. Aber ich kann eigentlich das, was mir wirklich am Herz hitt und die Gespräche, die ich finde, müssen wir führen, zu dem kommen wir Leute vielleicht besser, wenn sie etwas, was ihnen am Herz liegt, aufbauen und umsetzen und mit einem Team unterwegs sein und das einfach auch machen und dann nicht zuerst irgendwie müssen oder einfach wie sie lösen von all den anderen Aufgaben, die man in der Kirchenpflegung hat. Gut, also der letzte Punkt gibt sicher die Frage wäre, allerdings ist es dann nicht sinnvoller, man tut auch die Aufgaben von der Kirchenpflege, vom Kirchenstand neu definieren und schafft an dem, ich halte nicht für gute Ideen, wenn die Visionen ausserhalb von der Kirchenpflege verhandelt werden und wenn die Leider ausserhalb von dem sind. Also in unserer Jugend erinnern an einen Konflikt, den wir vor Jahren hatten, wo wir eine grosse Sitzung hatten und ich habe alle eingeladen und dann kam jemand nicht , der erst gerade in einer Gruppe zurückgetreten ist, die gar keinen aktuellen Titel hatte, die ich unbedingt dabei haben wollte, weil sie eine führende Person ist. Sie hatte gerade keinen Titel, sie war nirgendwo Hauptleiterin aber eine sehr einflussreiche Person und ich habe selbstverständlich damit gerechnet, dass sie kommt und sie selbstverständlich damit gerechnet, dass sie nicht an dieser Sitzung ist, weil sie keinen Titel hat. Ich musste mit ihr ausdiskutieren und den Konflikt behandeln. Ich wollte an diesem Tisch, wenn wir über die Jugendarbeit reden, die Leute hier haben, die Leider sind, egal welchen Titel sie haben, ich will die Leute hier haben, was geschehen prägt. Also von daher ist die Frage, ob man nicht dann lieber die Aufgaben der Kirchenpflege neu definiert. Aber das andere ist auch, speziell im Jugendbereich, das ist ja öfters wieder im Kirchenstand Bedürfnis, ja könnten wir nicht neuere, jüngere Leute haben im Kirchenstand und da bin ich bis jetzt immer sehr zurückhaltend gewesen, wir haben niemals von unserer Jugendarbeit, jetzt von der Aktiven im Kirchenstand genau aus dem Argument, das von dir kamen ist vorher, die sollen arbeiten, die sollen in der Jugendarbeit mitmachen und wir halten ihnen die Rücken frei. Also vielleicht wäre die Selbstdefinition von einem Kirchenstand auch so anzupassen, dass vielleicht nicht alle, die das Leben in der Kirche prägen, sollten ein Kirchenstand sein, aber der Kirchenstand hat die Aufgabe, Kontakt zu halten und die zu fördern. Es ist natürlich schon so, dass geführt wird nicht immer von oben. Das hast du ja zum Teil an Sitzungen, das sind die ganz unangenehmen Sitzungen, die du eingeladen bist und dann merkst du, gar nicht der, der Sitzungsleiter ist, die Sitzung führt. Da werde ich immer ganz nervös, wenn ich nicht weiss, wer genau ist. und das ist natürlich auch in vielem eine Frage, wer leitet jetzt eigentlich wirklich und wie stellt man das auf in den USA, wir haben es schon vor dem geredet, du hast von Singapur geredet, im internationalen Bereich, dort ist ja eine Art klar, dass es Pyramiden Führung gibt, dass ein hierarchisches Verständnis verleitet, die Kunde ist, jemand, das ist meistens der Mann natürlich, das oberste ist und das ist tatsächlich die Frage, ist das so, wie wir würden Führung verstehen, auch in einer reformierten Kirche der Schweiz, es ist auf jeden Fall nicht das, wie ich Leadership definieren. Also zum Beispiel in unserem Jugendbereich, mein Titel dort ist Coach. Ich habe in aller Bescheidenheit relativ prägende Aufgabe dort, aber ich bin nicht der Chef, ich bin der Coach der Jugendarbeit. Wir haben jetzt gerade etwas Neues angestellt im Jugendbereich mit einem Pensum, der grösser ist als das, was wir je hatten. Aber der Titel ist nicht irgendwie Obersuper Hauptleiter, sondern sein Titel ist Team Begleiter. Das heisst, aus meiner Sicht muss Führung gar nicht unbedingt hierarchisch sein, sondern Führung kann sehr wohl vernetzt sein und recht schlank und sehr horizontal ausgerichtet. Kannst du etwas mit diesen Ausdrücken anfangen? Ja, wohl. Das heisst, wir als Kirchgemeinde sollten Menschen fördern, die Führungsqualitäten zeigen und die sollten wir machen lassen. Natürlich müssen wir nach dran sein, weil das ist ja dann schon eine Frage, du hast bei Servant Leadership von Menschen geredet, die zuerst in ihrer Natur zu dienen ist und danach kommt noch die Fähigkeit zu etwas führen. Es gibt ja aber auch die anderen, die eine starke Führungsqualität haben, die dann aber auch vom Persönlichen eher schwierige Menschen sind. oder sich dann vielleicht auch erst relativ Sport als schwierige Menschen oder mit schwierigen Motiven im Hintergrund entwickelt. Ich glaube, das ist halt auch das Problem. Bei so hierarchisch gestalteten Modellen, wie man es jetzt eben aus den USA kennt, wo es häufig passiert, dass dann eine Leitungsfigur merkt, das ist vielleicht nicht alles so okay, was die Person macht und dann bricht auch alles darunter zusammen. Wenn das ein leicht kommt, weil einfach alles an der einen Person hängt. Und ich glaube, da ist schon auch wichtig, dass es irgendwie eine Kontrolle ist, vielleicht verfahren wird, aber je horizontaler das ist, desto eh noch kann das verhindern, dass eine Person zu fest prägt und negativ prägen oder das Ganze mit sich in Abgrund reissen, wenn da noch Zeug dahinter. Genau. Gut, ich habe noch zwei Sachen, die ich anbringen möchte. Das eine ist, dass ich den Eindruck habe, dass Führen in der Kirche eher schwieriger ist als in der Wirtschaft. Oft kann man viel von wirtschaftlichen Vorgehen lernen, wie die arbeiten, im finanziellen Bereich, in anderen Bereichen. Beim Führen habe ich fast die Wirtschaft der Kirche lernen, weil wir in der Kirche haben ja oft Ausser bei Angestellten Lohn bekommen, wir können ja oft nicht sagen, du musst das jetzt machen und sonst mache ich den Lohn Kürzen. Man hat so ganz wenig Machtmittel, das heisst viele Druckmittel fallen weg und wenn wir führen, dann müssen wir viel stärker mit Motivation und mit Vision. Das ist eine andere Art und ich glaube die beiden Sachen, Visionen und so weiter haben es schon ein paar Mal gehabt, die beiden Sachen, dort muss man ganz gut dran bleiben, dass man Menschen begeistern Und das wäre dann der nächste Schritt, dass Begeisterung ist ganz wichtig, die eigene Begeisterung. Mit deiner eigenen Begeisterung kannst du auch Leute motivieren, mit dir mit etwas zu machen. Das heisst, es wäre für mich auch ein Anliegen, in Gruppen Begeisterung zu fördern, für das gemeinsame Anliegen. Und für das brauchst du auch eine klare Vision, damit du Begeisterung für diese Vision anfördern. Genau. Ja, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen für heute. Kannst du noch mal zusammenfassen, Lukas, was soll jetzt eine Person mitnehmen, die in einer Kindergemeinde aktiv engagiert ist? Menschen, die Kirchenpflege sind, oder die sonst noch mitschaffen, die Pfarrerinnen oder Pfarrer sind, es ist eine Grundaufgabe, neue Leiter aufzubauen, zu finden, zu merken, wer Führungsqualität diese Leute aufbauen, diese Leute fördern, auch mal in Frage stellen, du hast das sehr gut gesagt mit Crucial Conversations, sage du, aber dort, das was gemacht ist, das nicht gut war, aber Menschen aktiv aufbauen, nicht einfach locher, sondern Leiter finden und fördern. Gut, also, dann wäre es das jetzt also gewesen, in der Staffel 3, Umbau, Episode 5, Umbau von der Führung, von Aufwärts Stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.